Warte auf uns, warte auf uns. Jawohl, ich bin mit dem Traktor auf, Milke. Jawohl, ich bin drüben. Ja, was wollt ihr? Ich hab einen Traktor, Mädels. Oh, der fand's aus. Der fand's aus. Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist der Tobi. Wir sind zurück bei Tobi & Friends GTA Online und wir stehen hier in Hollywood und bekommen von Polizisten aufs Maul. Das heißt, wir steigen mitten in die Action ein. Äh, wir heißt, ich bin nicht allein. Äh, wer ist denn da noch? Einmal der Marvin. Hallo. Und einmal der Taurus. Hallo. Ja, Taurus ist schon wieder höchst beschwingt. Ja, ist klar. Darauf soll ich ich reiben, oder was? Hä, wer hat gesagt, dass du reiben sollst? Ich mute dir solche Fähigkeiten nicht zu, keine Sorge. Du hast generell schon genug Deutschprobleme. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Taurus, mach du heute Party. Ich mach heute Mathe. Du machst heute Mathe? Bist du behindert? Ja, so, ja. Äh, da ist ne Band. Ähm, du... Ähm, wer sitzt denn da am Steuer? Der Polizist. Marvin. Oder ne Frau. Ne, ne Frau hat. Jawohl. Äh, du musst schon, äh, deine Zuschauer am Laufen halten. Ja, ich, äh, ich halte die sogar hier am Fahren. Halte ich die. Ich hab aber ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wo wir hinfahren und was ihr vorhabt. Und... Ich fahre einfach nur. Machen wir mal 10, small, Taurus. Wie geht's euch? Mir geht's gut, Taurus. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Tobi. Wie geht's Marvin? Ich mach heute Party. Ach, Party. Ich hab Mathe verstanden. Und, Taurus, wie hast du eigentlich, wie hast du eigentlich, ähm, so deine, dein Problem in den Griff bekommen? Also, du hast... Ähm, erstens, dass... Meine Sexualität in den Griff bekommen, ja. Taurus, sag doch mal Sexualität. Ich steh jetzt auf Gegenstände. Oh, das Bull, das Bull, nein! Taurus, sag doch mal Sexualität. Sexualität. Höh, piep. Du hast Dualität gesagt. Ich steh auf Uhren. Uh, Uh, Uhus. Du hast ein Uhu-Fetisch. Oh, ich spiel mir Kleber in den Genitalbereich. Höh, nur Pateks klebt die Pateks. Da denk ich mir immer, dass es nicht war. Es ist echt schlimm. Die Folge ist jetzt schon eigentlich vom Niveau genau da, wo wir sie haben wollen. Ach, ich muss ja nicht haben. Weißt du, was ich immer gerne mache? Party. Pilzwasser-Clown. Oh, verdammt. Pilzwasser? Achso. Wohin? Hä? Ja, jetzt hast du ihn verscheucht. Ja, wohin? Das ist einfach weg. Der Pilzwasser-Fahrer. Es war Pisswasser. Piss... Wasser. Hab ich. Los, Marvin. Komm, du kriegst ihn hoch. Wir gucken dir alle dabei zu. Oh, oh. So sieht ja eine schöne Aussicht. Oh, oh. Oh, oh. Die waren nicht. Den sammeln wir wieder ein. Ich. Oh, leu. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, wo bist du denn? Komm, doch, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, wo bist du denn? Ey, 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 ey! ein hier das ist schon so schabler das die wir in den in den innen in den innen 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 er hat so ein sein arbeit wir wollen das ist es ist er ja ich bin gestorben werden kommt aus bloß Das ist Marvin, den töte ich nicht. Ich suche Taurus. Bodyslam! Mach mal nochmal. Irgendwie ging doch doch, dass man so einen Failsprung macht, oder? Was? Wie viel Leben hattest du noch? 3000. 3000. 3000. It's over 9000. 3000. Ich glaube, ich weiß, wie man die Score. Ähm, Leute, es sind jetzt 5 Minuten rum und wir haben absolut gar nichts gemacht. Ähm, schlag mal was vor, Lady. Ja, warum immer ich? Lady's first. Traum, wir holen uns irgendein Flugzeug und fliegen damit in die Luft und springen wir ohne Fall schon runter. Mach mal die Flugschule. Nee, Flugschule ist scheiße. Hab ich schon probiert. Ja, ich hab die auch schon gemacht, aber... Oh, das war nur ein ganz kleiner Schubser. Ich wollte dich so einstellen. Der war todes-tüchtig. Todes-tüchtig. Wo kommt denn jetzt? Taurus, wir warten auf dich. Ja, ihr müsst mich abholen. Komm her. Komm her, Marvin. Schöne Reifen hast du. Ja. Da musst du mal so zu den Mädels kommen. Schöne Reifen hast du. Was sind das denn für Honk-Honkers? Mami! Darf ich mal Honk-Honk-Honk, mal. Ich sitze Honky-Tonk, mal. Oh, ich hab gedacht, ich hab... Jump! Jump! Er springt einfach runter. Oh, ähm, Marvin? Mir wird schwindelig. Ah, ah, oh, jetzt hab ich dir aufs Lenkrad gekotzt. Oh, wir tanzen. Oh, 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 und stehen. Oh, mein Gott, was hat der denn? Was, ja, was, ja, was? Taurus kommst du? Taurus, Traktor! Oh, Traktor! Du nimmst den Traktor. Du nimmst den Traktor. Mein Traktor! Hau ab, Traktor, Mann! Traktoren kann man gut wechseln. Hat einfach mal ne Waffe. Ja, so sind die in Amerika. Ey, nichts gegen meinen Traktor. Ab ins Wasser, Tobi. Du hast auch große Reifen. Nein, mein Auto ist kaputt. Echt? Was da? Meinst du nicht? Lass mich hier ertrinken. Nein, 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 ich... Scheiße, meinst du auch? Oh nein, kann ich hochschwimmen. Oh nein. Hilfe, ich ertrinken. Ja, nicht mal schwimmen kannst du. Ich bin schon tot. Alter, ich treib gegen meinen Reifen. Ist das geil. Und ich überschlag mich im Wasser. Wie geil ist das denn? Ich hab einen roten Traktor. Mein kleiner roter Traktor. Mein kleiner roter Traktor. Steht draußen auf dem Hof. Er will seinen Traktor zurück. Und er ist weggespawn. Wo seid ihr? Ich spring ins Wasser. Ey, Taurus, wofür war das denn jetzt? Ja, ich weiß ja nicht. Siehst du mal, dass es da 3 zu 2 steht? Ich hab nur für einen Ausgleich gesorgt. 3 zu 1. Hab ich ja noch zwei Mal. Ein für dich. Achso. Ne, siehst du? Ihr seid mir zu... Ja. Naja. Zu? Hipp. Du bist auch hipp, ey. Dafür stehst du mit deinem Namen. Du verkaufst die Kindernahrung und nicht du holst dir die Kinder einfach so. Macht aber aus Nahrung, ja. Tobi, Tobi, Tobi. Bist du da vorne? Ja. Ja, ist er. Komm, mein Sprung. Ah, mein Kopf. Du bist da im Wasserfall runtergesprungen. Komm her, kommt ins Wasser. Das Wasser ist wunderbar. Du bist gleitend runter, pass auf. Oh, oh. Oh, fall ab, die Seite. Aber ich bin am Stein. Ich, äh. Ich halte alle Körperteile. Und ich werde auseinandergepflückt. Ah, die Strömung. Schwimmen. Schwimmen. Nicht aufhören. Oh, Strömung. Aua. Aha. Oh, das ist schön mit dem Zugucken. Na, taust. Na, so taust ganz, Alter. Ich glaube, mein Bein hat sich in meinem großen Zeh verhakt. Du hast doch so einen großen Zeh, ey. So, so ein riesiger Knochen, also Knüppel. Ja. So ein Klumpen. Klumpus. Wie redet ich jetzt mit meinem Zeh, oder? Ja. Was redet hier gerade? Redet von deinem Zeh. Oh mein Gott, ich war ein Delfin. Hast du mich gesehen? Ich war ein Delfin. Ich hab gesehen, wie du aufs Neul geflogen bist. Twitter-Twins heute. Tobis großer Zeh. Nein. Aber danke, Taurus, für die Überleitung. Tobi hat Twitter. At 3T Social. Ach so ein Trieb. Oh, ich kann nicht schwimmen. Ab und zu Wasser. Ich baue es aus dem Wasser. Tobi, möchten wir jetzt mal alle zusammenfinden? Ja, natürlich. Tobi, hier. Komm her, komm her, komm her. Der findet mal zu mir. Der ist ein riesen Abbruch. Warte. Weg dich. Oh, oh, oh. Aua, oh. Fick dich, Ball. Fick dich, Ball. Weg dich. Au. Au. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Ich bin in der Stimmung. Oh, doch, jetzt geht's. Tauchen. Oh, tauchen. Oh, oh, scheiße. Kommt Tauch jetzt mal wieder zu uns? Tod am Rand. Ich schaffe es durch. Oh, schaffe ich mich. Ich gehe jetzt hier Dingens. Geh auf die Brücke und hol mir ein Auto. Ich will auch drüber schaffen. Hol mich bitte ab. Ich treibe von da vorne. Ja, ich habe es geschafft. Ah ja. Oh, da vorne kommt ein Jeep angefahren. Den Jeep hole ich mir. Nein, hä, hier waren gerade zwei Jeeps. Ja, die spawnen auf einmal nicht. Ich gehe so weg, ne? Oh, Marvin, du läufst aus. Ich laufe jetzt zum Auto. Oh nein. Marvin, einfach diese Spur hinter sich herziehen. Das ist eine Schleimspur. Taurus, möchtest du unserem Publikum irgendwas sagen? Oh, da steht ein Auto. Das ist meins. Taurus, wir hören. Das hat doch schon was gesagt. Ich habe es nicht gehört. Sag es nochmal. Gras ist grün. Gras ist blau. Das ist aber so nicht gut. Unterhalte die Zuschauer doch mal, während wir hier zu dir kommen. Du bist ja von uns Abgeordnete, also sorgst du jetzt auch für die Unterhaltung. Okay. Ähm. Machen wir ein Spiel. Schnick, schnack, schnuck heißt es. Und ich habe den Stein. Puh, komm. Danke. Taurus, ein Spiel, was die Zuschauer unterhält, wenn du schon spielen willst. Ich sehe was, was rot ist. Ich sehe was, was rot ist. Ich sehe was, was rot ist. Dein Blut. Das ist deine Fresse, wenn ich sie einmal treffe. Dann willst du, dass ich deine Fresse einmal treffe? Äh. Äh. Wie geht denn das? Da muss er auf eine Leiter stehen. Hehehe. Taurus muss dann auf der Leiter stehen, ja. Ja, wo ist Taurus, der ja? Dahinter am Militär. Ich bin in den Acker. Taurus, wo bist du hingefahren? Ich habe keinen Fahrenden. Das ist Sperrgebiet. Bitte gehen Sie. Mawin, bitte gehen. Alter. Das sind die Amis, ey. Nyaaam. Ring, ding, ding. Ich fahre jetzt mit dem Traktor auf das Militärgelände. Warte auf uns, 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 warte auf uns. Jawohl, ich bin mit dem Traktor auf Militär. Jawohl, haha, bin drüben. Ja, was wollt ihr, ich hab nen Traktor, Mädels. Oh, der ist fantastisch. Der hat fantastisch. Keine Ahnung, das ist schlimm. Ähm. Ist hier gerade noch. Oh, da hat's Bumm gemacht. Ey, wie bist du denn noch rübergekommen? Ach, bist du echt rübergeflogen? Ja. Hat mich kriegt der Traktor so viel Tempo? Ich hab ja auch gerade gedacht. Ich bin nicht fahrend mit dem Traktor auf Militärgelände. Ach, ihr wisst doch, wo ich rüber bin. Nein, 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 ja, Mann, okay, jetzt halt auch krün. Äh, ich weiß nicht, ob ich auf der Re... Ich bin da unangenehm, ich weiß nicht, ob ich falsch bin. Aber wir müssen überhaupt da hochgekommen. Wie hast du denn den Traktor überhaupt gefunden? Der hat einfach nur geklaut, als er mich getötet hat. Ja, ne, warte, das ist schon Episoden her, ja. Das ist schon... Das ist schon Episoden her. Das ist schon... Das ist schon wieder drei Generationen vergangen, ne? Ja, drei Generationen. Ja, da hieß Taurus nur Tau. Tau... 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 Jetzt kommt jedes Mal ein Vokal dazu. Kaufe ein A. Tauro A. Tauro A. So, nennt Taurus mal seine Tochter, die auf die Militäre schufelt. Tauri. Tauri, Tauro, Tauro... Tauroa Linus. Togulino. Mein erster Bewohner nenne ich Tauri. Und steht der Traktor, ich ziehe ihn. Jawohl! Wow! Boah! Alter, was ist denn das hier? Ist das hier ne Bühne? Tobis übertriebene Ehrgeiz. Komm, Tobi, wir holen uns einen Jet. Traktor. Ein Jet, ein Auto. Traktor wollen wir nicht. Alter, Marvin, lern fahren. Ey, was soll ich denn, wenn es zwei am Weg sind? Ihr könnt es sogar schaffen, Tobi. Wir können alles schaffen. Wir haben alle Leute vertrieben. Ihr könnt alles schaffen. Nur wenn ihr euch tief... Äh... Einbord. Guck, alle Jets sind weg. Jawohl. Tauri, nur wegen dir. War zu tief, ne? Erstens das und zweitens genau. Ja, und was machen wir dann? Da oben landet das Ding? Ne, ne? Doch, weil man gleich so tief abschießt. Wo ist er denn hin? Warte, ich schieße den Piloten ab. Einfach mal nichts zieren, ne? Seit wann ist ein Militär auch Militär? Das ist alles Töne nach dem Ende. Jetzt zieh mal auch den Typen da in diesem doppelt komischen Ding da. Im doppelt komischen Ding da? Oh, der steht sonst mal in den Cargo. Ja. Normalerweise. Aber auch heute nicht. Hä, was ist denn hier los? Das ist zu. Militär-Talisten. Feiertag. Wir haben heute geschlossen. Ihre National Guard Army. Wir würden ja gerne in den Krieg führen, aber wir haben gerade einen Feiertag. Es tut uns leid. Das nächste Mal, das nächste Mal, Putin. Ne, heute geht es nicht. Weil wir tun ja einfach nicht stehen. Heute ist Tag der offenen Tür. Heute muss man den Leuten vermitteln, hier ist alles gut. Oh, der Sonnenaufgang über den Smog ist so cool. Das ist so ein Untergang. Das ist so ein Untergang. Ich dachte, die Nacht wäre hell. Tobi. Hast du das gesehen? Ey, so lange war ich noch nie auf dem Militärgeländer, um die Töte zu werden. Ja, weil hier auch keine Sau ist, die pimmeln irgendwo aus dem Tor. Na, 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 na. Zwei Stück. Na, 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 na. Jetzt geht es erst richtig los hier. Alter. Oh, oh. Es ist vorhin alle. Es geht los. Oh, das ist nicht. Ja. Bist zu laut. Bist zu laut. Taurus, das ist mir scheißegal. Ich kann mich im Nachhinein leiser pegeln. Aber umso. Da kann ich allen vermitteln. Ich kann alle leiser und lauter pegeln. Äh, da kann ich den Leuten vermitteln, dass du nicht recht hattest. Aha. Äh. Was? Fake-Entertainment? Die Folge geht jetzt knapp 20 Minuten. Was haben wir geschafft? Mit einem Traktor aus Militärgelände gesprungen. Taurus. Mann, wieso ist hier kein Jet? Ich, ich kann schon wieder kratzen. Würdest du gerne in den Jet fliegen? Jetzt wäre die perfekte Möglichkeit, ne? Aber keiner da. Ja. Ist auch kein Personal da, was den Jet bewachen kann. Also ist auch kein Jet da. Wer ist denn hier? Warte. Hier ist der. Hey, wie ist denn da? Oh, da ist einer. Weit um! Jawohl. Das war mal einer von der Nationalgarde. Hol Taurus ab! Hol Taurus ab! Taurus ist draußen. Hol ihn ab! Oh mein Gott! Ich bin draußen, ich darf nicht mitspielen. Ich bin tot. Ich nicht. Ich darf nicht mitspielen, bin draußen. Schmutzige Kinder müssen draußen bleiben. In Taurus. Du bist schmutzig. Taurus hört zu mich ab, bin am Strand. Ding, ding. Ding, ding. Passen auf. Warte, Taurus, warte, ich bin da. Ich bin nicht da. Na ja, warte. Machen wir es so. Äh, mir ist da was runtergefallen. Was nur? Alter, das ist dein Wagen? Nein. Den fahr ich nur für Tobi hier rum. Der sieht genauso aus wie meiner. Echt? Also der Wagen. Ja, ja. Der Wagen ist so gut zu meiner Handtasche. Äh, Leute. Das gibt's doch nicht. Zwei noch. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich möchte jetzt zu euch kommen. Mit meinem. Gut, dann komm mal. Oh, Alter, Alter. Was hab ich für eine geile Karre. Oh mein Gott. Das ist ja mal richtig heftig, das Teil. Oh nein. Oh nein. Du bist falsch. Ja, ich hab immer... Alter, ich hab die heftigste Karre EU. Was? Echt? In der EU? Das wäre ein Volkswagen. Ist es. Alter. Komm, steig ein. Ich war in dem Augen. Wer hat das Gras für das Auto? Ich muss doch auch was hinzuschauen. Ich versuche auch mit einzuschauen. Taurus, wie siehst du denn aus? Da bist du Houdini? Marvin, du passt hier bestimmt rein. Nuh-uh. Hä? Nuh-uh. Ach stimmt, hinten ist das ganze Gras. Die Gras? Äh, ich glaub, du kannst noch nicht... Ach, neuerkann. So. Ich beende mal im Rückwärtsfahren die Folge. Äh, und sage, dass wir uns... Danke Marvin. Äh, beim nächsten Mal wieder. Und wenn es heißt GTA Online, Tobi and Friends. Taurus verabschiedet sich, indem er winkt. Ich interpretiere es jetzt mal als Winken und sag nicht, was es wirklich ist. Ja, bitte. Das Winken. Ganz einfaches Winken. Natürlich, Taurus. Wink mir einen Abfahrt. Wink mal für die Kamera. Los, Wink, verton das Ganze. Wenn das so weitergeht, kommt gleich etwas anderes raus in die Kamera. Wo ist das Vögelchen? Wo ist das Vögelchen? Start. Oh. Okay, ich glaub, in dem Sinne, lassen wir es erstmal dabei betrunken. Marvin drückt uns auf die Seite und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder ist, GTA Online, ihr bekommt uns das Wort. Oh nein, alles ins Gesicht. Wenn es das nicht so heißt, Tobi and Friends, ihr kriegt das Schlusswort. Ich bin raus, auf Wiedersehen. Tschüss. Marvin hat das schlicht, äh, schlicht. Er muss das Wort schlicht. Hallo, letztes Wort bitte, nicht nur schümmst. Ich will. Auf Wiedersehen.